hallo meine lieben hier ist natascha mit einem kurzen video für euch ich war gerade eigentlich dabei meine osterkarten zu basteln und ich hatte die idee warum nicht mal wieder ein paar embellishments selber basteln das heißt ich habe mich für die stanze von marien design entschieden das ist eine aus der silver collection sind halt knöpfe das heißt ihr habt auf dieser einen platte ich meine 29 kleine knöpfe und das ist natürlich super für gerade sowas wie embellishment selber basteln das heißt ihr kurbelt einmal das ganze durch die stanz und präge maschine und dann habt ihr schon quasi eure knöpfe was ich euch empfehlen kann ist das ganze natürlich auch aus pappe zu stanzen und aus design papier das heißt pro knopf habe ich drei schichten zwei schichten pappe eine schicht design papier bzw papier was ich mir ausgesucht habe was oben drauf kommt das ist hier zum beispiel kleiner beispiel das ist eins der 29 designs das ist ein stern ich habe zweimal die pappe und einmal braunes design papier gestanzt und das zeige ich euch tatsächlich heute auch relativ langsam das heißt dass ihr das ganze auch nachvollziehen könnt nach basteln könnt ihr könnt natürlich wenn ihr diese stanze nicht habt auch jede andere stanze die knöpfe oder auch andere kleine elemente darstellt ich habe das jetzt mit knöpfen gemacht einerseits weil ich die total süß finde die sind wirklich wirklich klein hier ist meine big shot meine stanz und präge maschine und da kurbel ich jetzt ein reststück vom design papier durch am besten eignet sich design papier was relativ fein ist oder wie in dem fall nur kleine striche oder linien drin hat das heißt es ist nicht so ablenkend kleinere designs pünktchen rechtecke quadrate wie auch immer eignet sich für sowas natürlich besonders toll ich hatte ja wie gesagt meine osterkarten angefangen und das was ich ausgestanzt habe ist eigentlich ein ich sag mal ausgeschnittenes element was normalerweise nicht auf der karte erscheint und das hat halt dasselbe design papier was ich tatsächlich auch für meine karten benutze das heißt es hinterher ein deko element was im gleichen design ist ich habe hier ein blümchen mehr ausgesucht was ich euch jetzt zeige wie das quasi zusammengeklebt wird habe jetzt mit mit einem nagel gerät heißt es eigentlich nicht aber ich komme jetzt nicht auf den namen drauf ich habe auf jeden fall die innenelemente rausgeprägt weil die wollte natürlich nicht haben für die blümchen habe ich aus pappe 2 zweimal quasi aus weißer pappe die knöpfe gestanzt das heißt diese klebe ich jetzt aufeinander hier verwende ich wieder den flüssigen techy glue vom action in einer kleinen flasche umgefüllt und ich habe mir wirklich eines der schwersten elemente ausgesucht ihr müsst halt gucken wie die knöpfe bzw löcher von den knöpfen aufgeteilt sind manchmal ist das wie in dem fall auch dass man beim ersten aufsetzen nicht das richtige erwischt das schöne bei flüssig kleber es verzeiht euch das heißt ihr könnt noch mal anheben drehen gucken dass die löcher übereinander liegen und erst wenn ihr damit zufrieden seid dann festdrücken und dann klebt das zusammen natürlich kommt da oben drauf noch mal eine schicht kleber weil ihr wollte nach dass sie sein papier oben drauf haben ich habe das jetzt sehr stark ragen gesund dass die kleinen quadrate auf meiner unterlage sind tatsächlich fünf millimeter das heißt auch diese dieser kleine knopf hat noch nicht mal ein zentimeter durchmesser deswegen muss ich tatsächlich mit dem kopf sehr nah dran um zu sehen dass ich die löcher von den knöpfen auch wirklich sehe und treffe es ist gar nicht so einfach ja meine kamera ist leider auch gerade total unscharf so und das ist quasi jetzt schon drei schichten papier aufeinander geklebt ihr könnt mit euren fingern das ganze noch fest drücken was ich empfehle zum beispiel was jetzt in diesem teil des videos nicht zu sehen ist mit einem gewicht oben drauf gehen damit der kleber richtig setzen kann teilweise ist ja auch so beim fest drücken dass der kleber ein bisschen rüber so zu sagen da müsst ihr dann das ganze noch ein bisschen entfernen und jetzt kommen die letzte schicht das ist glossy essent das ist eine art kleber der aber nach dem trocknungsprozess hinterher nicht mehr klebt das heißt ihr könnt damit euren knopf quasi mit lack überziehen und es ist glänzend es hat dann auch die ich sag mal imitiert auch den kunststoff knopf weil wenn man das jetzt gerade nicht gesehen hat das video und sich den knopf einfach als knopf ansieht würde wahrscheinlich keiner davon ausgehen dass das einfach nur ein papierknopf ist es eignet sich natürlich nicht für kleidung aber für unsere bastelei von karten deko elementen schachteln was auch immer ist so was natürlich super geeignet und jetzt heißt es einfach nur noch den glossy essent ruhen lassen das ganze trocknet je nachdem wie dicke eure schicht aufgetragen habt und ja wie ihr seht die stanze da die elemente fallen nicht alle sofort raus das heißt ihr müsst euch alle rausdrücken ich habe dann hier noch mal das ganze beschleunigt noch mal für euch aufgenommen ich habe auch noch andere stand elemente das heißt dass hier zum beispiel ist mit einer anderen stanze gemacht die kommen einzeln deswegen sage ich ja schaut in eurem so in eure sammlung vielleicht habt ihr tatsächlich auch schon knöpfe manchmal ist es auch so dass in gewissen sets die sage ich mal die fläche ausgenutzt wird und so kleine elemente mit dabei sind wie auch vorhin schon einfach das papier zusammenkleben ich kann natürlich auch die höhe selbst variieren ich habe wie gesagt aus pappe das ganze gestand deswegen haben wir in dem fall zwei schichten pappe und eine schicht designpapier vollkommen ausgereicht die ersten herzchen die ich gestanzt habe habe ich tatsächlich alle aus weißer pappe gestanzt und dann habe ich mich entschieden für die stanze von marien design zwei farben an pappe zu wählen die eine war halt weiß mit weißem design papier und die andere hälfte habe ich dann mit braun das heißt braunen braune pappe und braunen das design papier habe ich verwendet und miteinander kombiniert also ihr seht ja dann hinterher die kante ihr könnt ihr natürlich auch einfärmen falls euch das ganze stört aber es wäre empfehlenswert das ganze farblich aufeinander abzupassen das wirkt halt einfach ich sag mal schöner fürs auge falls euch der kleber in die lochung quasi rein gerät könnt ihr das ganze noch frei drücken mit der prickelnadel zum beispiel beim glossy essent empfehle ich auch auch dass ihr bei den knöpfen oder knopflöchern anfangt quasi vorsichtig den kleber da drumherum verteilt und dann das ganze nach außen den kleber nach außen weiter verteilt bis in die ganze oberfläche bedeckt habt ich bin ehrlich das ist etwas was zeit kostet und ich habe keine ahnung wie viele stunden gebraucht um über 50 knöpfe dann fertig zu stellen das heißt ihr müsst auch den dementsprechend so viele schichten papier zusammenkleben so viele schichten dann mit glossy essent überziehen und auch so lange warten bis das ganze durchgetrocknet ist aber das ist genauso wie mit den nouveau drops ihr macht diese arbeit euch einmal vielleicht habt ihr so einen tag wo ihr denkt ich möchte heute was machen aber ich will keine ganze karte fertig stellen oder ein anhänger oder was auch immer und dann ist zum beispiel stanzen zusammenkleben und wie hier mit glossy essent überziehen vielleicht eine möglichkeit was kreatives zu schaffen was ihr dann später auf eure projekte setzen könnt weil ich meine man kann natürlich knöpfe kaufen aber ich sag mal ganz ehrlich diese kleinen von marien design so kleine knöpfe gibt es wirklich relativ selten meistens das relativ große knöpfe ja wir sind auch schon am ende des videos angekommen ich bin auf eure meinung gespannt und würde sagen bis zum nächsten video bis dann ja